Willkommen zu einer weiteren Folge, weiteren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm. Tja, wie mache ich denn dort? Ich lasse erstmal in der Mitte jetzt frei und mache hier die nächsten zwei. Na, geht doch. Bin ich doof, jetzt mache ich hier wieder nur einen langen. Hat das jetzt hier eigentlich nur eine Dreierhöhe, ja? Hm, habe ich zwar nicht so geplant, also ich habe gar nichts geplant, aber ist ja auch jetzt nicht weiter wild. So, noch zwei Sticks, das heißt aber auch, dass wir noch was übrig behalten werden. So, Dann habe ich eine Idee, was wir gleich noch machen könnten. So, wir zählen wieder ab und machen nämlich da auch noch ein paar Treppen hin. Ja, ein paar. Dann kommt hier nämlich auch noch ein Aufgang hin. Und die paar Zäune können wir auch noch verbraten. Und dann gehen wir wieder runter in der Nähte, aber wir brauchen hier dringend Nachschub. Ja, jetzt würde ich jetzt eigentlich vollständig hier reinballern. Aber das soll es dann auch mal die. Wupp. Ach so, hier sollte wir vielleicht wieder eine Säule hin kommen. So. Hier kommt hier hoch. Na, ich glaube, jetzt sieht er schon mal besser aus hier. Nicht ganz so beengt. Ähm. Jetzt haben wir die noch. Bevor ich jetzt einfach sinnlos verballer, heben wir die einfach auf. Was soll's. Oh, leckig. So, klack, klack. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Doch, hier warten wir mal. Oh. Oh. Fug. Fug. So, runter. Fug. Oh, ja. Ja. natürlich hat das viel gehört ich würde gerne mal irgendwie einen anderen Abstieg hier bauen irgendwie müssen wir doch mal langsam ankommen oder? ich guck mal sind wir vielleicht schon zu tief hä? kann irgendwie nicht sein jetzt sind wir glaube ich wieder zu hoch oder? ich guck mal welche Höhe muss ich denn hin? wird denn doch schon links theoretisch bin ernst ist hier irgendwo? wahrscheinlich nicht hui wir waren die ganze zeit zu hoch um ein paar schichten hätte ich gar nicht für möglich halten ok haben wir noch einmal hier oder haben wir jetzt alle mit die nun klug wir sind ne einer ist da zumindest einer zumindest einer oder 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 Komisch, hier scheint die Firmware stabiler zu laufen. Wir werden jetzt einfach mal in die Richtung hier durchbuddeln, mal gucken ob da was kommt. Musik 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 Und erstmal zurück zum Nachföhnen. Musik 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 I'm out. So, zack, zack. Haben wir hier noch irgendwo einen Eimer? Dann hole ich mich jetzt... Alter! Nerv mich doch nicht. Das könnte jetzt sehr gefährlich werden, wenn wir mal so die Lava rausholen wollen. Machen wir es mal ein paar Häschen spitzen, bedanke mich. Bis dann.